Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Shadow of the Tube Radar. In der letzten Folge ist unser guter Freund Dr. Dominguez hier wieder aufgetaucht. In der verlorenen Stadt, in der wir jetzt auch angekommen sind. Und... Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Okay. Ähm, ja. Genau, wir sind in der verlorenen Stadt, äh, verborgenen Stadt angekommen. Hallo Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Ja, okay. Ähm, genau. Wir sind in dieser Stadt hier angekommen. Äh, Dr. Dominguez ist hier jetzt auch. Wir haben wieder Stress. Ähm, es gibt Trinity in Inka-Form. Ähm, alles sehr, sehr komisch, Leute, hier. So. Aber uns hält hier natürlich nichts auf. Wir sind wieder voll dabei, den Trinity-Leuten, ähm, irgendwas vom... Also, die Kopfe abzureißen. Na? Süß. Äh, wo lang müssen wir? Da hoch. Okay. Sorry. Der Legende nach bewacht der Ring der sieben großen Reichtum. Aber ich habe überall gesucht und konnte ihn trotzdem noch nicht finden. Das ergibt keinen Sinn. Wozu die Mühe, sich ein Rätsel auszudenken, wenn am Ende nichts rauskommt? Ja, nee, ist klar. Darin gehe ich jetzt garant... Also jetzt, zu dem Augenblick, gehe ich hundert... Oh, was sind denn? Wölfe? Das sind Wölfe. Aber wo ist das? Achso, hier ist der Adler-Dingsbums gewesen. Habe ich alles noch gar nicht entdeckt. So, so. Ja. Nee. Die tanzen irgendwie wohl. Oh, die sind alle echt ein bisschen krank, ne? Da hoch. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Da. Ah, okay, ich muss... Ich muss gar nicht zu dir. Da ist der Kleine. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Ja. Größer als hundert Paititis. Was? Bringst du mich da hin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Hm. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Ach, Mensch. Wieso muss mein Leben immer so anstrengend sein? Wieso muss ich immer Kacke machen? Wieso kann ich denn nicht mal was Tolles tun? Ja, was Schönes. Spazieren gehen, Blümchen pflücken. Ich sollte Ätzli suchen. Ja, sowas klingt toll. Spazieren gehen, Blümchen pflücken. Das ist ja was Schönes. Mal eine Abwechslung zu dem restlichen Alltag hier von Lara Croft. Darf ich das kaputt machen? Nein, das bewegt sich nicht mal. Ich rieche den Gang offensichtlich, meinte er. Was ist das? Das ist doch nie im Leben, die Schatulle. Ah ne, das ist nur ein Relikt. Okay. Ich will die Info... Ey, da steht doch, es gibt eine Info. Aber der Controller vibriert doch überhaupt nicht. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Wow. Ich hätte es einfach nur rauszuholen müssen. Wat, wat ein Ding, wat ein Ding. Ich könnte durchaus mal ein Lagerfeuer vertragen und ein bisschen aufrüsten. Das wäre eigentlich auch ganz cool jetzt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt wirklich noch ein bisschen was gefunden habe. Ja, dann komm, auf geht's. Hier gehe ich wieder ein bisschen vorsichtiger, man weiß ja nie. Das scheint die falsche Kammer zu sein. Alles klar. Ja, so klar ist das gar nicht, aber doch. Das ist ja jetzt nicht scheiß... Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, Lara, komm. Ey, ich bin gegen die Wand und weil du so einen Rückstoß hattest, dafür kann ich ja wohl nichts, ne? Ich mache gleich Cheats an, dann fliege ich durch die Map. Bam. Ach ja, das geht ja bei Anniversary, das ist ganz lustig. Dann kann man sich durch die ganze Map rollen. So, wui. Ja, ja. Na, komm, dann mache ich mal. Alles klar. Ach ja. Bam. Ist immer noch nicht die richtige. Ist die Frage, wohin möchte ich? Ich möchte darüber, ne? Oh Gott. Ich bin ja so komisch geflogen gerade, das ist ja unglaublich. Ähm, Basislager. Kommt mir sehr zugute. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Und dann, wie jetzt sie geht. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Genau. Fähigkeitenpunkt. Boah, der Anruf hat mich gerade komplett aus der Bann geschmissen. Ich habe immer nur eine Fähigkeit. Was ist das hier? Köpfe... Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen drücken sie beim Aufprallkreis, um zu rollen und keinen Schaden zu erleiden. Nöööö... Warte mal, da war, glaube ich, was Interessantes. Ich weiß noch nicht, wie viele Punkte man dafür brauchte. Was ist das hier? Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden auf... Ne, auch zwei. Okay, schade. Jetzt kann ich doch hier mal was machen, ne? Mir fehlt ehrlich ein Tierfell Gut, dann lassen wir das Machen erstmal weiter Hier sind Stöcker, die ich ganz gerne hätte Na toll Hab ich gar keinen Bock drauf, ehrlich nicht Hier ist was zu lesen Wow Bauch der Schlange Stinkt das Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte Die verborgene Stadt Den Bauch der Schlange erklettern Ja, okay, komm Moinsen Eeeh Oh mein Gott, ist das abartig Ist das widerlich Aber hallo Und da dran springen Oh Hallo Äh, hallo Ein Augenblick, warum Ich cutte kurz So, da bin ich auch zurück Das war jetzt mehr als komisch Dass da mein Dead by Daylight einfach Geladen hat Obwohl ich das Internet eigentlich extra ausgemacht habe Also ich hab extra ausgemacht Damit halt solche Störungen nicht kommen Äh, es tut mir sehr leid Aber Jetzt sind wir wieder voll drin Ich schaff das Ja Besser wär's Oh mein Gott, ist das abartig Wir müssen die auf jeden Fall aufhalten Das geht gar nicht Die sind super krank Verdammt Verdammt Geil Ich darf bei den Leichen langkrabbeln Jetzt lebt hier bestimmt noch irgendwer Guck, guck Mich Los geht's Okay Noch ein bisschen näher Ja Ich hab keine Ahnung Ich will's aber Ich möchte nur noch weg Ich fand das voll gruselig Kopf der Schlange Äh Äh Oh, ich muss doch da Okay Okay, keine Hektik Hä? Erstmal lesen Uh Oh 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 Hm. Ah. Ah, guck mal, hier hinten ist noch was. Dafür habe ich nicht genug Platz. So. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Das sieht halt echt aus wie so ein Schlangenhals, irgendwie so ein bisschen. Auch so ein bisschen Magen. Ist das so eine Art Adalaskammer? Direkt irgendwas machen hier. Leute, ich beende aber mal die Folge hier an dieser Stelle. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie lange die andere Hälfte war, bevor ich vom Telefon unterbrochen wurde. Und dann von der Benachrichtigung. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Und dann wieder ein downloaden Tag. Und da haben dann 5 auf 2 Motors und 3 mit��, ich disrespect. Und dann geht es natürlich beim Ansprechen. Und dann geht es mit dem Start-1 min. Und dann heißt in der Sak strikes mir, ihr 기억aszinigt. Und dann wieder paar und dann negotiation. Und dann geht es mit dem sich immer wieder can.